Musik Oder eher so, dass ein zweiter Stürmer auf einmal da ist. Oh, ich muss gerade noch Wasser holen. Wasser holen, ne? Ja, der Kläne will noch Wasser haben. Probier. Nicht gefeuert. Oder willst du später? Ne. Ja, aber das war alles zu voll. So, da ist er wieder. Sehr schön. Na, geht schon. War gleich mal Chaos, Hans. Ja? Zwei, drei Leute zusammen gelaufen. Einmal Chris Hiden und ich. Genau beim Rausspielen. Trunken oder was? Ne, ne. Ja, geht. Boats, noch in die Boats. Wir müssen es führen, die Box. Wir wiegen die einmal in Sicherheit. Ja, die sollten sie einmal vorausgaben. Schade. Ehh, unser. Interessant. Irgendwer kommt? Was ist denn meiner? Und wieder an die Zeit rum. Jawohl. Alles zu. Ich gehe euch noch in der Mitte drinnen. Das reicht einfach. Mann, geht da mal weg. Ich gehe euch noch in der Mitte drinnen. Ich gehe euch noch hinf直. Oh, der? Ja, ja! Wieder mehr die eigenen Leute mitnehmen, spülen mit ihnen, damit alle mitkommen, keine Räume mitnehmen. Das ist gut. Was macht der... Der hörsch! Der hörsch! Lebe den Hans! Lebe den Hans! Och Mann! Gut! Lauf, ähm... Elfer! Mach offen! Okay! Kommt! Grüß dich! Na, Chancen tut! Ah, Chancen tut, sagt er! Hans! Hans, warte, warte! Mach nen Bogen und lauf er flach! Jetzt! Hallo! Der Hans liegt schon wieder in Süd. Ehhhh! Fail! Hat sie es gut gemacht? Ja! Da bin ich sicher wieder! Ah, die Variante können wir öfter spielen! Lustig! Ich weiß niemals, zum Anspielen wirklich... Ich weiß nicht! Kommst du nur so spät, Hirsch? Ja! Spätig Essen! Gleich wieder ins Bett! Hier zu tun, auf Arie! Hier zu tun! Hansi, komm! Nächste Woche bin ich unterwegs! Ja? Ja! Ich muss den LKD weg von meinen Kollegen! Ja, da kommst du mal her, Hirsch! Wann denn? Im Donnerstag! Nee! Donnerstag ist gut, da hab ich frei! Was ist denn jetzt passiert? Wir brauchen den Krieg! Liga 2? Ich fasse gar nicht! Ja, schon längere Zeit! Ja! Schon fast Liga 1! Aber wulsch! Ist ne andere Geschichte! Was ist denn? Wie du im Boot? Ja, schon! Er gibt kein Wunder für den Klauch! Schön wär's gewesen! Muss ich so probieren! Ja! Ja! Jetzt können wir dann mit zwei Stürmer spielen! Wir passen! Wir passen! Wir passen! Wir passen! Ja! Wir passen! Wir passen! Wir passen! Wir passen! Und wir passen! Und wir passen! Wir passen! Wir passen! Und wir passen! Und wir passen! Dann gehen wir auf mit Mausenmann zurück! Das ist schwierig! Jawohl! Bot herlegst! Genau so geht! BÄM! Wow! Das ist die Überraschung! Was für ein Traumpass vom Bott. Ich habe nicht gesehen wie es geht. Nein. Kann er wieder nicht lernen. Was für eine Traumaktion vom Bott. Was vom Bott? Von mir? Dein Schuss war auch geil. Aber was der Bott da gemacht hat. Den hätte ich nicht besser spielen können. Hast du auch nicht. Hast du auch noch. Hast du auch noch. Ah, falsche Idee. Vertraut die Macht. Ich hätte meine Drehung gemacht und dann... Rainbow und... L-T, R-T... Ich reiß mich zusammen jetzt. Ich habe ja eine Mission. Ne, das mit L-T. Ich versuche L-T wegzukriegen. Ohhhh... Mann! Putz! Abseits! Ich bin dabei. Jupp! Nichts mehr. Ne, 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 ne. Wie sieht es aus mit kurzem Pfosten? Ja. In 3, 2, 1, jetzt! Ja, kommt auch viel zu kurz. Ne, ne, schau. Der macht das wieder, der Bott. Scheide. Ich bin dabei. Das ist der Knie da. Ja, aber ein bisschen kurz. Ja, ich bin dabei. Eind. 65 haben wir schon boah ich bin dran da selbst Oh mein Gott! Wurrrr! Wurrrr! Das ist ein Dänat. Gute Idee. Der bleibt noch... Nee. Da hätte ich ja B spielen müssen. Wir haben jetzt zweite Luft. Lauf auf... Oh, lass ihn doch durch. Die Luft ist kommen... Das war. Das war... Das war's. 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 Und... Das war's. Das Bonnie Estamos jetzt. Ja... Das Sch quizze auf녑idez... Die sind eigentlich schon so gut für die 2. Liga, wie ich das sehe hier Die sind in die Grünen gedreht Zwei Spiele Schaut sich aus Schon zwei Punkte drauf und dran haben